Wofür willst du dein Geld ausgeben? Womit möchtest du deine Zeit verbringen? Und welche Beziehungen möchtest du führen? Um diese Fragen geht es in dem Podcast, den wir euch heute vorstellen. Das Materielle hält uns oft davon ab, im Hier und Jetzt zu leben. Wir klammern uns daran, indem wir Erinnerungsstücke aus der Vergangenheit aufbewahren zum Beispiel oder wir arbeiten und denken auf das Materielle hin und leben in der Zukunft, indem wir zum Beispiel den Fokus darauf richten, viel Geld zu verdienen und viel zu arbeiten. Das ist die Coach, Bloggerin und Podcasterin Marion Schwenne. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute frugales Glück, Minimalismus, nachhaltig, vegan. Als Kind, sagt Marion Schwenne, war sie Jägerin und Sammlerin. Als Erwachsene kommt dann alles etwas anders. Sie lebt in Kasachstan aus dem Koffer, kommt dann zurück nach Deutschland in eine vollgestopfte Zweiraumwohnung, angefüllt mit Dingen, die sie nie vermisst hat, nicht braucht und weder benutzt noch liebt. Warum hatte ich eigentlich diese Dinge gekauft? Sowas wie, naja, wie könnte ich sein, wenn ich diese türkisen Vintage-Pumps und diese Cognac-farbene Fake-Klatsch trage? Was bin ich denn für ein Mensch? Oder was für ein Mensch bin ich? Wie könnte ich sein, wenn dieser Retro-Pflanzenhocker mit goldenen Füßchen in meinem Wohnzimmer steht? Und ich meine Lieblingsbücher in gebundenen Ausgaben, versteht sich, darauf drapiere. Der Punkt ist, dass Menschen eigentlich keine Dinge kaufen oder sie kaufen auch keine Merkmale von Dingen, sondern sie kaufen eine zukünftige Vision von sich selbst. Marion Schwenne macht sich auf die Suche nach einem anderen zukünftigen Ich und wendet sich dem Minimalismus zu. Was für sie bedeutet, überflüssiges und ballastlos zu werden. Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Verpflichtungen und Beziehungen, die einem nicht gut tun. Und natürlich Materielles. Wenn du weniger Sachen besitzt, dann hast du automatisch auch mehr Geld. Und dahinter steckt ein Prinzip, das ein bisschen paradox ist. Denn das Prinzip lautet, wer viel hat, der kauft viel und wer wenig hat, kauft wenig. Das ist irgendwie so eine Dynamik, dass je mehr man hat, desto mehr neigt man dazu, auch neu zu kaufen, dazu zu kaufen. Vielleicht liegt es daran, dass Menschen, die wenig haben, wenig kaufen, weil sie ja schon sehen, was sie haben. Und wer viel hat, ja dann fallen neue Sachen gar nicht auf. Und man ist umso unbekümmerter beim Klicken auf den Kaufen-Button. Ja, und mehr Geld haben ist natürlich super, weil je weniger Neues du kaufst, umso mehr kannst du von deinem Einkommen sparen oder für Erlebnisse ausgeben, die dir natürlich, ja, die länger in Erinnerung bleiben als eine Duftkerze oder einen neuen Euro-Pullover im Sale bei H&M. Fürs weniger Kaufen teilt Marion Schwenn in ihrem Podcast auch ganz praktische kleine Hacks. Eine fantastische Methode, um weniger Dinge zu kaufen. Einfach deinen Wunsch auf einen Notizzettel oder in die Notiz-App deines Smartphones schreiben und warten. Mehr brauchst du nicht zu tun. Und der Wunsch erledigt sich innerhalb kürzester Zeit von selbst. Und meistens, wenn ich nach einer Woche wieder in die Notiz-App schaue, dann wundere ich mich, was ich da eigentlich eingetragen habe, weil es schon gar nicht mehr aktuell ist. Marion Schwenne sagt, wer sich auf das fokussiert, was er oder sie wirklich braucht, setze sich automatisch mit sich selbst auseinander und entwickle ein Bewusstsein für das, was im Leben wichtig ist. In der Folge stelle man sich fragen, wie möchte ich leben? Wie soll meine Wohnung aussehen? Wie möchte ich mich darin fühlen? Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Und wofür möchte ich meine Zeit aufwenden? Der Podcast Frugales Glück, Minimalismus, nachhaltig, vegan will dem Publikum helfen, durch weniger Zeug und ein entspanntes Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter zu leben. Der Podcast ist eine Eigenproduktion von Marion Schwenne. Es gibt ihn seit April 2021 und mehr als 100 Folgen sind bereits erschienen. Marion Schwenne hat außerdem mehrere Minimalismusbücher geschrieben und bietet Coachings zum Thema an. Und wer diesen Podcast hört, sitzt insgesamt gesehen viel zu wenig am Meer. Das war die heutige Ausgabe des Podcast-Podcasts, unser täglicher Podcast-Tipp hier bei Detektor FM. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder Deezer. Da könnt ihr übrigens auch eine Bewertung dalassen, was uns und unserer Arbeit sehr hilft. Dieser Tipp kam von Ina Lebetjev. Redaktion Joana Voss, Doreen Rothmann und ich, Caroline Breitschädel. Produziert hat die Folge Florian Drexler. Wir hören uns.